Ich habe es schon wahrscheinlich gesehen, Sven und mich. Heiß. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Rainbow Six. Heute kein Noob und Memes, aber zwei Noobs und ohne Memes. Aber mit Noobs. Richtig, dafür mit doppelt Noobs. Doppelt so mehr Noobs, doppelt so wenig Memes. Aber doppelt so viel Spaß. Das sehen wir mal. Okay, sicher. Ich bitte umhört mal hier eine Erfahrungıyor. Das Intro habt ihr ja schon gesehen, wir haben nicht mal versucht. Jetzt πά번 richtig krass, sonst machen wir richtig Mahl. Also harten Action. Wir spielen Wollenkratzer, der asiatisch angehaųten Map. Lululu Group Fauna, Mossy, Pools, deshalb haben wir zwei offensivspieler. Druckятся auf der Defensive. Und Pay-labor Wollensch, zwei Ideenmee mit Läsion, das so Gill insecurity bemelرج 17g Okay, ich verteiile einfach Rüstung und mache einfach gar nichts. die miteinander reden hier ist wenn die den sport kennen wir easy game ist jetzt hier easy game sagst du ja vor allem jetzt der easy win ich hab's jetzt gesagt da geht es mir leid wo willst du eine wand hin haben einfach außen dinge also nächstes zwischen den bomben aber außen halt jetzt aber wo ich noch bin ja ich komm alter da muss sie ja ich hatte kunden minimal 2000 ok ich hoffe dass das spiel nicht so sieht in der aufnahme ein bisschen ruckelig aus eine aufnahme ist ein bisschen ruckelig aus er kann aber nur in der ersten besagte bestehen unten rechts bei der bürze auslassung links bei mir auch das cpu 14,1 mit 53 fps na gut kann gut werden ein dass er meine guh getreten das ok was habe ich denn für ein ping? tut mir sonst egal ist eigentlich alles tutti Sven treppe treppe ich habe nicht mehr gesehen das hat wird vor allem so für üblich wenn man den also verwendet also man weiß die ist die schließende auch direkt durch die wende da bin ich noch nicht so ganz aber so hat jemand auch halt einfach hat was muss man aber auch mit ein schuss weiße foto oder so habe ich wohl gesehen ich habe die angeguckt und dann habe ich dich nicht mehr so jetzt machen wir das jetzt machen wir easy win wo ist die lüftungseinheiten oder der mt genau dann nämlich für sie pass mal aus wenn man muss player ist jetzt auf k oder ist einfach op ich kann ihn nicht gespannt was glaubst du wo sind die wohl also meine these ist das afg ist es beschädigt du er wieder zum sieg führen das so hellhaftes warten weißt du der hell kommt immer zuletzt wo waren schüsse von mir achtung explosion gut entdeckt was ja okay der ist schon tot okay 1 4 4 nicht vor dem Deck Luschen Lesionen wurde ja da bist du der Sigi Junge da bist du sagt er ey wo ist denn hier eine Füllkamera denn ist ein Mosel auf jeden Fall direkt rechts direkt rechts habe ich nie gesehen was ist direkt rechts? Tchatschanka direkt hinter dem Schild da kommst du auch nicht weiter ok du musst auf Airschweigen jetzt Zugriff und dann direkt rechts Alter weißt du weißt du ich dachte es hat die die richtige Wand gesprungen weißt du? ja er ist noch drin ich dachte er hat die richtige Wand gesprungen du hast den schärfer fallen gelassen eins gegen eins alles drin ist noch alles drin er kann da regeln zu werden ja vom Easy weißt du es gibt so viele dumme Menschen das kostet mich aber auch das stimmt wo muss man denn ich schrei hallo Katzen zwei Kids und fühlt sich vielleicht schon wieder Babu hii ja also Sven ist schon mal weg ja ich bin doch wieder da ja ich muss eh meine Katze hallo sagen ne ne aber ich bin erster also alles gut ich bin letzter das sehe ich nicht immer also wenn das zu schnell geht liebe Zuschauer dann hängen wir natürlich nur eine Runde hintendran weil wer ist es doof wir müssen auch Qualität haben Qualität kennen wir uns aus weißt man sowas war so wir haben wir da verteidigen die G so wir haben eine Rüstung die Gegner haben eine Bombe entdeckt verteidigen sie mhm deine Mama wurde auch entdeckt die Bank ist sicher mach einfach mal zu mhmhm BAM Junge Achtung genau das wollte ich auch machen weißt du ich rufe Achtung und du ballerst genau das was ich machen wollte jetzt noch eine Drone Sven hast du ja du sagst ja nichts Kommunikation mein guter Sven ja schuldigung Kommunikation Fuse oh jetzt ein Loch bei uns ähm Leute und Yeng ja okay ich konnte nix sehen ich bin einfach gestorben alter bin ich schlecht heute trete meine Fallen los trete meine Fallen los du bist und hier kapitän aber wieder halt kapitän genausmann schuldigung 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 Senex gg greifstück bei A Naaaain schuldigung 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 Bis sofort! Das stimmt. Die Gegner haben meine Bombe so qualifiziert. Im entsprechenden Plan. Die Gegner haben meine Bombe so qualifiziert. Die Gegner haben meine Bombe so qualifiziert. Die Wände kannst du noch bei mir platzieren. Jop. Das ist geil, ne? Hier, Russland habe ich mit dir platziert, ne? Ja, das habe ich jetzt auch gerade gefunden. Achso. Das Loch ist nicht groß genug für uns heute. Oh Mann. So. Warte mal weiter. Was haben wir denn? Vielleicht machen wir gleich die Gegend. Ähm. Da noch. Auf jeden Fall hinter. Ach ne. Das ist Puls. Herzlang sind nur eingesetzt. So. Dann machen wir mal. Äh. Lol. Ich glaube die haben Fuse. Ja. Das sieht dann noch aus. Ja. Er will ja gleich das Spiel verlässt, nur weil er gestorben ist. Ja. Ist okay. Ich finde das absolut okay. Ich finde das absolut okay. Ja. 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 der von gerade auf jeden Fall. Magazin wird geladen. Wie machst du? Das ist einfach ganz ruhig. 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 Ne. Ich habe eine die ist komplett hinten und eine ist die ist draußen. Aber draußen hilft mir. Ja. Scheiße. Ja. Wie gesagt die müssen die reinkommen. Ja. Ich habe Angst dass die schon hier sind. Weißt du. Ne. Dann hätten die ja schon eine Bombe gelegt. Ja. Dass wir die noch nicht haben. Deiner. Pullst du die eine Tür im Blick. Du die andere. Alles gut. Gibt es noch Eingänge? Die Feste aber die Schöße ja. Ein Gegner verbleiben. Einfach auf die Tür konzentrieren. Einfach auf die Tür konzentrieren. Einfach auf die Tür konzentrieren. Du machst das schon. 75 Punkte noch kurz. Ja. Wieso habe ich. Pull. Ich habe gegelten. Ach so. Kannst du mal gut getreten? Hast du die da vorne platziert? gehabt? Die war direkt in der Tür. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Ich habe sie nicht gesehen. Du? Ja. Das ist mies. Oh klar. Ich konnte sie nicht sehen. Ah scheiße ey. Schrottplatz. Weiter gehts. In. In. Ja. Jürgen. Deine. 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 St battle. Ich liebe sie. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuschmieren. Sven ist weg. Hol, fix. Für uns ist Frios. Sven! Ein Satz in zehn Sekunden. Kann ich? Ein Satz in fünf Sekunden. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Hallo? Hallo? Habt ihr gerade nicht mehr gehört? Ich höre Dito. Gott. Also das hat Disco wohl ein kleines Problem gehabt. Ich hab ganz auf die Pingi geguckt zum Vergleich. Ja. Komisch. Ich hab mich gefragt, ob die wo oben sind oder unten. Ich höre nur so... So stimmt. Ja. Ach du Scheiße, ich hab von dir gar nichts gehört. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Wieso wirst du den weg? Weil, falls ich sterbe, die Bombe nicht direkt am Fenster liegt. Ah ok. Der Schafer muss zurückgeholt werden. Die Bombe wurde lokalisiert. Jetzt hab ich den nicht getroffen haben. Ah, einer ist am großen Fenster hinten. Ah ok. 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 Twitter sind die Google getreten. Oh nein. Fuse. Mach keinen Scheiß. Wieso? Der Kapsel. Guck doch mal was er macht. Leute. Ich dachte du bist das. Nein. Nein. Rein das wenn. Ok dann. Zugriff und hier in der Ecke planten. In der Ecke planten. In der Ecke planten. Und dann geh ein bisschen einmal raus oder so. Oder machst du von draußen was. Oder machst du von draußen was. Schönen save spielen. Die ein bisschen kommen. Oh. Da! Please Samite. Don't peek. Nach laden! Bist du noch da? Pchah. Natürlich peek ich da. muss gleich erst mal was nachgucken der aufnahme okay weil ich meine ich war brauche ich habe keine treffer bekommen also dass ich keine treffer punkte kassiert aber angriff gemacht ja aber mich wundert das weißt du ich treffe leute aber die werden bei mir nicht so angezeigt als ob ich die treffe aber ich bin drauf also so ist das beim spielen das würde ich gleich mal eben darauf haben noch mal die zuschauen ist hier schon gesehen ob es gemacht hat ob es geschafft dass er nicht ich habe fast mit kontakt gebraucht wie auch die rüste das ist nicht so geil ich bin ein bisschen ehrlich aber sonst weiß ich nicht mal ehrlich Ja. Ich kriege hier noch die Wettbewerbs. Ich klicke eigentlich nicht. Wacht auf die Tür wieder zu. Oh Gott. Also das könnte ja sofort rein. Ja, bei mir ist Action. Gerade noch siehst du mich und jetzt nicht mehr. Mach ein, lass in meine Gurke treten. Direkt vor das Sogut sind rechts. Granate? Ja. Ich bin... Alter, als ob ey. Oh Mann, ich hab mich ablegen lassen. Fick mich hart. Ah, der war Overheal, das Ding. Ah, der Scheiße. Du bist auf gut? Nööööö. Achso, der Klinker war grad bei A. Klappi regelt. Klappi regelt nicht. Schade. Oh Mann ey. Ich hab so viel abgelaufen. Ich hab's nicht verstanden, wieso die die Türen wieder aufgemacht haben. Äh, die auch nicht. Vor allem, ich hab die einmal zugemacht direkt. Ja. Ja. Das war bei mir nämlich auch der Fall. Ja, dann war ja die gleiche Tür. Wir waren die gleiche. Achso. Weil die können auf einmal so durchlaufen. Ja. Die hab ich, äh, zugemacht und dann ist sie später wieder aufgemacht. Und dann musst du sicher nur einmal Overheal und dann zack, war ich tot. Hm. Ah. Ah, da ist noch nichts drin. Ist da alles drin, sagt er. Ich bin mal gespannt. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzunehmen. Ja. Okay, ich hab dich gerade wieder nicht gehört. Ingrace gesagt. Achso. Ja, weil du bist bei mir so aufgeläuchtet. Als ob du was sagen würdest. Nein, nein, alles gut. Geil, gleich verfahren. Juhu. Geil, riech nach Keller. Sieht nach Keller aus, ja. Scheiße, zu spät, ey. Keller, riech bei einem Zimmer. Fast, fast. Willst du mir damit sagen, dass du kacken musst? Dann musst du springen, wenn du rüber willst. Im richtigen Moment. Okay. Okay. Ich hab' ich nicht. Ich hab' ich nicht. Okay. Okay. Ich hab' ich nicht. Okay. 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 Ich komm' mal im Studio. Na ja. Ich hab' ich nicht. Ich hab' ich nicht. Okay. Diesen Eingang finde ich immer gefährlich, ne? ich habe nicht so eine geile spürnase alles mit meinem kälber Wieso ist unser Entschärfer tot? Ja weil er an der Treppe steht Stand Entschärfer ist jetzt gesichert Hast du fast auf den Ash geschossen? Ne ich hab das Mute-Dings zerstört Hey ich hab auf den Ash richtig geil vorbeigeschossen Achtung Können vielleicht einer kommen Achtung mal auf die Treppe Also Sprengladung kann ich da nicht platzieren da unten Das ist Mühl vermutlich Genau Schüsse Lesion Warte Bombe gefunden Jetzt hätte ich ganz gerne deine Fähigkeit Der war direkt unten an der Treppe und dann rechts Aber Lesion hast du ja schon mal Genau Einer sitzt so gut Achso Das wär noch viel dran Äh Ne du kannst noch nicht 15 Sekunden Na gut der muss planten Und GG Sonst Renn auf die Spieler zu Töte sie Ja Töte sie GG Ah Eigener Druck neutralisiert Guten Ladies and Gentlemen Das war heute mal ein Versuch Rainbow zu spielen Hat nicht gelückt Keine coole Aktion Das reicht doch für heute Das Noob muss ja behalten werden Richtig Man will ja nicht den Noob in den Dreck ziehen Man muss ihn in den Ehren halten So sieht's aus Also wenn ihr Bock habt auf mehr Rainbow Lass ein Like da Wenn ihr Bock habt auf mehr von uns Lass ein Abo da Ihr werdet auch nicht voll gespammt Das passiert nur wenn man die Glocke aktiviert Also das könnt ihr dann machen Wenn ihr euch voll gespammt werden wollt Gespammt Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschau Tschüss 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 Musik arrn Untertitelung des ZDF, 2020